Das Besondere an Schumann ist die Organisation. Ganz super. Ja, ganz super. Ja, die ganzen Geburtstagsreisen, die waren alle wunderbar. Weil wir immer wieder zufrieden sind. Beste Betreuung und alle Erwartungen werden übertroffen. Das ganze Team, die ganze Überraschung und vor allen Dingen die Organisation passt bestens. Erstklassig. Und das ist das A und O bei der ganzen Sache. In Island, in Norwegen, in Portugal, in den Riffen, überall wo es am besten war, sind wir auch schon gewesen. Und sehr gut betreut wurden. Und vor allen Dingen, es ist auch, man ist eine große Familie bei Schumann-Reisen. Dass es eine große Familie ist, dass wir uns alle kennen, das ist auch ein großes Plus. Freuen wir uns zu jeder Fahrt, dass wir uns wiedersehen. Die Beständigkeit, muss ich sagen. Wir fahren vielleicht das zehnte oder zwölfte Mal mit Schumann. Ich habe es nicht gezählt. Aber wir fahren deshalb gerne mit, weil alles sehr gut organisiert ist. Und es klappt alles wunderbar. Auch wenn unterwegs mal eine kleine Panne passiert ist. Wir sind immer wieder gut nach Hause gekommen. Und haben sehr viele schöne Dinge zu sehen bekommen in der ganzen Zeit. Wir fahren sehr gerne, weil wir inzwischen beide verwitwet sind, gerne Silvester weg. Aber wir haben auch die Fahrten ins Blaue schon mitgemacht. Ja, auch die große Reise nach Irland. Also auch größere Dinge schon. Wenn ich Schumann-Reisen bezahlt habe, habe ich alles bezahlt. Und muss nicht extra Sonder-Sachen, die Fahrt, die Fahrt und solche Sachen. Bei Schumann habe ich bezahlt und bin ein glücklicher Gast. Immer begeistert von Schumann. Die Durchführungsgarantie und dass alles sehr gut klappt. Wir fahren ja mit Schumann in China, Australien, Kanada, Paris. Das sind so die großen Reisen. Und dann so über kleine dazu. Und die schönen Reisen. Nicht nur die schönen Reisen, sondern eigentlich das gewisse Etwas. Der Unterschied zu den anderen, sage ich immer. Das sind so kleine Unterschiede. Aber wir fahren ja nicht nur mit Schumann, auch mit anderen. Und wir sagen manchmal, das ist der Unterschied zu Schumann. Das sind so kleine Sachen, wie immer Regenschirme da und wie immer. Also eigentlich alles, alles, alles. Ach, wir erinnern uns an viele schöne Reisen. Aber unsere Liebe gehört dem Meer. Wir machen sehr viele Schiffsreisen und natürlich auch, haben wir alle Schumannreisen, Kreuzfahrten mitgemacht. Und das ist unsere Liebe, die dem Meer gehört.